Über diese Strasse laufen wir heute auf 700 Meter Höhe. Es ist unser vorletzter Tag in der Türkei. Und diese Berge hier zum Abschied sind noch einmal fantastisch. Das ist schon etwa die zweite oder dritte Herde, die hier von den Bergen runter kommt. Heute wird hier auch das Kurbanfest vorbereitet. Also das Opferfest 70 Tage nach Abschluss des Ramadan.